Herzlich Willkommen im Friseursalon Ihr Friseur in Dreie. Beratung und Einfühlungsvermögen sind bei uns oberstes Gebot. Und mit Leidenschaft, Freude und Liebe am Beruf präsentieren wir gerne unsere Top-Leistungen. Damit begeistern wir unsere Kunden und gleichzeitig auch uns selbst. Begeisterung für die eigene Arbeit stellt sich ein, wenn man von seiner Leistung überzeugt ist. Und genau das sind wir. Denn Ihr Haar liegt uns am Herzen. Von klassisch bis modern. Unsere Styling-Experten finden die für Sie passende Frisur. Ob Kunden mit langen Haaren oder Kunden mit Sinn für trendige Kurzhaarfrisuren. In unserem Salon finden Sie immer einen vertrauensvollen Ansprechpartner. Neue Trends, passend aus die Zugeschnitten, eine ruhige Atmosphäre und das passende Getränk für Ihre Stimmung. Runden das Ambiente unseres Salons ab. Durch neueste Schneide-, Styling- und Färbetechniken und den Einsatz hochwertiger Produkte der Firmen Sexy Hair und Yusha erhalten Sie einen individuellen, auf Ihren Typ abgestimmten Look. Wir bieten unseren Kunden einen idealen Ort, um eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und sich verwöhnen zu lassen. Denn wir sind erst dann zufrieden, wenn Sie es als unser Kunde auch sind. Kommen Sie doch einfach mal vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren Besuch. Ihr Team vom Salon, Ihr Friseur.